So, jetzt der Luftheuler von Funke. Ja, auch ganz gut. Glitter noch vor sich hin. Gleich mal zwei Stück. Ja, ging nicht schade. Die sind schon gut laut und die trennen auch recht lange. Ja, echt ordentlich. So, jetzt ein Luftheuler von Funke. Mal liegend. So, jetzt ein Luftheuler von Funke. Den versuchen wir mal zu werfen. Pfeift und fliegt wirklich sehr lang. Kamenst advance. Du hast jetzt ein Lufth comprehensive.